So, die anderen beiden Sachen haben wir noch nicht gesehen irgendwo, ne? Die beiden anderen Orte? Ich glaube nicht. Also mir ist zumindest dieser Tisch da. Dieser einzelne Tisch nicht. Äh, ja. Okay. Dass man hier nicht mehr gucken kann. Obwohl, warte, vielleicht wenn man sich da vorstellt und dann umdreht? Ne. Dann dreht man sich nicht um, ganz einfach. Okay. Äh. Hey, jetzt sind wir wieder... Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Können die Luke aufmachen oder so. Oh. Ach was. Ach doch, ja. Jetzt habe ich sie gesehen. Alter, ist das mies. Kein Wunder, dass wir da die letzte nicht gefunden haben. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie unter dem Teddy war. Keine Ahnung. Ja, und was sehe ich, wenn ich da gucke? Ne Tür. Na, das sieht ja einladend aus. Vielleicht sollte ich mal wieder... Wäre jetzt krass gewesen, wenn hier so blutige Handabdrücke gewesen wären. So. Nopi. Nopi. Und wie müssen wir die jetzt drücken, die Knöpfe? Ja, das ist die Frage. Warum können da keine Zahlen draufstehen? Was soll denn der Scheiß? Ah, ich weiß. Okay, also der ist richtig. Dann kommt der. Nein. Der, der, der. Der. Nein. Der, 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 der. Der. Etwas ist auf der anderen Seite passiert. Ja, wir haben da was aufgemacht, Schätzerlein. Okay. Dann wieder alles zurück. Yay. Ja, stimmt, war der Anfangsort, ne? Hm. Wenn ich jetzt wieder zurückfinde, ne? Warum kann man das denn so nah sehen? Ist hier irgendwo eine Münze? Hm. Jo? Klebt nicht an der... Klebt nicht an der Wand. Leider nein. Äh. Hier, ne? Äh. Hä? Da kommen wir ja nicht hin. War das dann die Drei? Oder? Könnte auch sein, ja. Oder diese Luke, da wo die Kam... Hä? Diese Luke, wo die Kamera lag. Peekaboo. Ew. Eeeh. 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 Ganz schnell. Boah. Alles klar. Die Drei. Für die Luke. Wo wir dann wohl unsere nächste Leiter haben werden. Irgendwo eine Münze. Okay. Jetzt hätte da so eine abgestrittene Hand drin. Ach, halt den Mund. Uff. Oder der Kopf von dem Typen. Ja, ja. Tschüss. Ich meine, hätten sie ja nicht in jedes Bild, aber an manchen Stellen hätten sie schon gut was machen können. Mhm. Aber gut, vielleicht kommt der Hammer wieder zum Ende der Episode. Wo war die hier? Nee. Nee. Nee, nee, nee. Wo war denn wieder die Luke, Mensch? Die war dann, glaube ich, hier runter. Genau. Ah ja. Genau, bei der Omi. Ich trinke mein Schuh. Yum, yum. So. Bei der Omi. So. Und da. Natürlich. Natürlich. Ich habe gerade das dringende Bedürfnis zu speichern. Ja. Ja. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Boah, ii. Alter, was ist das? Ein Schweinemensch. Das erinnert gerade voll an Immersion for Pigs, das zweite Amnesia. Ja. Boah. Ist das nicht ein bisschen auffällig? Ich gucke da nicht hin. Also alles, was rechts ist, geht mir nichts an. Okay, ich mache mal Foto. I'm dying. Ich sterbe. Na geil. Ähm. Ich auch innerlich gerade. Okay. Tür. Der Schrank und die Tür. You remember? Mhm. Da muss ich, glaube ich, genau vor die Tür. Ja, aber ist das nicht ein bisschen auffällig hier? Nein. Das ist doch irgendwie ein bisschen sehr... Mönche. Ach, ii wo? Ii, alter Kerl. Oder was auch immer du bist. Da. Da. Yay. Es fehlt nur noch das mit diesen komischen Planken an der Wand. Das ist doch ein bisschen sehr... Ich habe Angst, wenn ich das eingebe, dass ich dann einen Schlag kriege oder so. Na, ist bestimmt nicht richtig. Aber wir müssen es bestimmt eingeben. Mit Absicht schon. Ich will das gar nicht. Ich traue dem Ganzen nicht. Was ist denn? Kann ich das abreißen? Nee. Nee. Ähm. Was ist denn das hier unten? Weiß ich nicht. Dann war es unser Schatten, hoffe ich. Oder der Schatten deiner Mutter. Okay. What about you? Klick. Ja. Nö. Ja, tschüss. Was auch immer du gerade... Wir machen wieder später. Gleich, warte. Erstmal hier. Dann willst du lieber die Nummer eingeben, ne? Ja. Passiert nicht was? Nach links. Ah, 6, 3, 6, 1. 6, 3, 6, 1. Hä? Nö. Nach links. Vielleicht kommt jetzt auch noch irgendwas, wo wir waren gerade. Noch mal irgendwas mit Zahlen. Warte, vielleicht muss ich einmal kurz zurück und dann wieder hin. 6, 3, 6, 1. Also doch in den anderen Raum. Hm. Okay. Aber dann mache ich jetzt auch gleich erstmal das. Ein schlafender Junge oder doch eher nur ein schlafender Kopf. Das sieht irgendwie sehr abgetrennt aus. Oh Gott, Alter. Ja. Nice to meet you. Lass mal schön die Äuglein zu, Schätzelein. Ja. Das ist auch was. Was bist du? Hä? Auch irgendwas. Vielleicht müssen wir es da eingeben. Was war das jetzt? 1, 6, 3, 6? 6. Oh. Ne, 1, 6, 3, 6. 6, 3, 6, 1. Nein. 1, 6, 3, 6. Nein. Nö. Okay, hätte das sein können. Sonst ist hier nichts. Okay. Wenn man so eine Ansicht kriegt, dann muss doch irgendwo eine Münze sein. Mach mal ein Bild. Ach ja. Stimmt. Foto. Kdick. Nö. Gibt es aber auch nichts. Kdick. Nö. Ja, schade, ne? Äh, 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 ja, 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 lecker, nom, ach, komm, ey, mach die Augen zu. Ich kann hier irgendwas machen. Der sieht ja auch sehr wehleidig aus. Ein roter Punkt. Äh, das ist ein Schacht. Ein Schacht. Ein Klick. Okay. Aber da können wir nicht rein, oder? Nein, Gott sei Dank nicht. Ja, was haben wir denn jetzt davon? Jetzt müssen wir rätseln und wissen nicht was. Hä? Tja. Geile Rätsel. Hatte ich hier schon? Einfach nochmal, weil es witzig ist. Peekaboo. Alter, das ist echt pervers. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich das plötzlich angucken? Was genau wollt ihr denn hier? Was haben wir denn genau? Wir haben Nägel. Aber auch nur drei von vier. Wir waren nämlich hier noch nicht. Und ich wüsste jetzt auch aktuell noch nicht, wofür wir Nägel bräuchten, habe ich gesagt. Aber wir haben schon acht Münzen. Bei vielen noch. Was genau? Links. Haben wir vielleicht irgendeinen Zeitungsartikel, wo irgendeine, äh, irgendwas, irgendwelche Zahlen, also der ist mit 49 gestorben, ne? Er ist 49. Er hat so irgendwelche Zahlen, ne? Nee, 49. Er hat so irgendwelche Zahlen, ne? Nee, 49. Aber wir fährt jetzt auch kein Ort ein, wo wir irgendwie noch was hätten. Weil selbst wenn wir jetzt den Ort finden, wo wir den Nagel haben, wissen wir noch nicht, was wir mit den Nägeln machen. So sieht's aus. Das ist das Problem. Einfach mal aus Jux. Nein. Hm. Aber warum... Was? Warum was und überhaupt? Mann. Okay. 49. 55. Nein. Nein. Neun. Sechs. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Eins. Es sind alle Zahlen, alle acht Zahlen, die wir jetzt kennen und es war von links nach rechts. Nein, gar nicht. Von rechts nach links im Rand.